UN-Vollversammlung gestern Nacht in New York. Überraschungen sind bei den Reden selten zu erwarten. Doch Chinas Ankündigung, im Ausland aus der Kohle auszusteigen, sorgte für Aufsehen. China wird andere Entwicklungsländer beim Ausbau grüner und kohlenstoffarmer Energien unterstützen und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen. Chinas Anteil an der Auslandsfinanzierung von Kohlekraftwerken ist relevant. Weltweit kamen in den Jahren 2013 bis 2019 etwa 13 Prozent der Gelder dafür von China. Der angekündigte Rückzug könnte weitere Auswirkungen haben, meint Professor Nedopil Wang. Idealerweise sehen wir durch diese Ankündigung auch weniger Kohlefinanzierung von anderen Geldgebern. Es können auch private Geldgeber sein, weil die Technologien, die China sehr stark beherrscht, nicht mehr verfügbar sind für neue Kohlekraftwerke im Ausland. In China selbst bauen die Lokalregierungen allerdings weiterhin neue Kohlekraftwerke. Allein dieses Jahr genehmigten sie 43 der klimaschädlichen Anlagen. Schon jetzt entsteht etwa die Hälfte aller weltweiten CO2-Kohleemissionen in China. Erst nach 2030, so kündigte Staats- und Parteichef Xi Jinping an, werde China den Kohlendioxid-Ausstoß im eigenen Land reduzieren.